Da unten ist die Post und das ist die Hauptstraße. Sie wie die Veronika von hier kommend hinunterfahren. Aber es gibt einen zweiten Weg, nämlich man kann auch hier herauffahren. Und hier kommt man auf einen Platz, wo jetzt leider eine Veranstaltung ist. Das sieht man hier. Die dauert aber bis zum Wochenende. Und Veronika kommt dann die Straße, also kommt dann neben dem Hauptplatz. Schauen wir nochmal, da ist der Hauptplatz, da geht es runter. Die kommt dann eben rauf. Und fährt dann hier entlang am Parkplatz, wo jetzt die Verkaufsfläche ist. Und fährt dann hier wieder hinauf. Das ist eben auch die Begrenzung hier vom Parkplatz. Und fährt dann hier hinten wieder nach außen.